Vers 19 Achara, ausführen. Asakta, unangehaftet. Hi, gewiss. Acharan, ausführend. Karma, Tätigkeit. Param, das Höchste. Apnoti, erreicht. Purusha, ein Mensch. Daher sollte man aus Pflichtgefühl handeln, ohne an den Früchten der Tätigkeiten zu haften. Denn wenn man ohne Anhaftung tätig ist, erreicht man das Höchste. Erläuterung. Das Höchste ist für den Gottgeweihten die Persönlichkeit Gottes und für den Unpersönlichkeitsanhänger Befreiung. Wer also unter der richtigen Führung und ohne Anhaftung an das Ergebnis seiner Arbeit für Krishna, das heißt im Krishna-Bewusstsein tätig ist, macht mit Sicherheit Fortschritte auf dem Pfad zum höchsten Ziel des Lebens. Arjuna wird aufgefordert, er solle in der Schlacht von Kurukshetra für Krishnas Interesse kämpfen, weil Krishna wollte, dass er kämpfte. Ein guter Mensch oder ein gewaltloser Mensch zu sein, ist eine persönliche Anhaftung. Doch im Auftrag des Höchsten Herrn zu handeln, bedeutet ohne Anhaftung an das Ergebnis zu handeln. Das ist vollkommenes Handeln auf der höchsten Stufe, wie es von der höchsten Persönlichkeit Gottes, Sri Krishna, empfohlen wird. Wedische Rituale, wie zum Beispiel vorgeschriebene Opfer, werden vollzogen, um sich von gottlosen Tätigkeiten zu reinigen, die im Bereich der Sinnenbefriedigung ausgeführt werden. Aber Handeln im Krishna-Bewusstsein ist transzendental zu den Reaktionen auf gute und schlechte Werke. Ein Krishna-bewusster Mensch haftet nicht am Ergebnis, sondern handelt einfach nur in Krishnas Interesse. Er verrichtet die unterschiedlichsten Tätigkeiten, ist dabei aber völlig unangehaftet.